Moin Also ich hätte gerne, also was ich natürlich, wenn ich bei Instagram noch nebenbei streamen würde, mit dem Handy, könnte ich meinen eigenen Stream ja auf meinem vierten Bildschirm noch anmachen. Dann könnte ich wiederum da auf den Chat auch eingehen, so weißt du. Ich habe ja geguckt, ich habe ja geguckt, ob ich auf dem PC LuVu Streams gucken kann, aber kann man nicht. Da kann man nicht. Dann hätte ich da oben einfach den Stream noch angemacht, ne. Deswegen will ich ja auf TikTok streamen, weil dann könnte ich nebenbei noch den TikTok-Stream lesen. Okay, jetzt leben die ja wieder. Also ich renne da mal ein bisschen durch, um alle gleich zu töten. Ich will alle töten. So, kommt her. Kommt her. Hey, yeah. 500 waren das jetzt. Okay, wir waren doch keine 500. Das waren ja jetzt auch nur 200. Aber trotzdem, mit der Fliege war das schon ganz gut, ne. Aber da oben war ja auch noch was. Die Blobs machen schon Laune, ne. Blub, 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 blub. Du auch noch. Blub, blub, blub. Die bringen nur leider nicht so viel, ne. Leider bringen die nicht so viel Nano. Ich verstehe gar nicht, warum das Spiel keine Zuschauerschaft hat, ne. Das ist auch so neu. So, jetzt geht's weiter. Neues Gebiet. Verstehe ich auch nicht. Ja, weil die alle nur Fortnite spielen. Six Finger Wurz. Ihhh. Da ist noch eine Fratze. Ja, Potato ist aber auch cool, ne. Ist hier jetzt ein Boss? Oh. Okay, haben wir es speichern? Bio. Aha. Na, guck mal, wenn man über Boden läuft, der auch wuppelt, dann wuppelt das. Ja, die Frage ist, ist es unten lang oder oben lang, ne. Die ganzen Hände und so, das ist ja gruselig. Alter, die machen... Ähm... Ähm... Die explodieren und machen Blitzdings. Allein, überall Wege schon wieder? Sollen sie sich... Okay, das ist alles Blitzgedöns. Sollen sie sich die Fliegen drum kümmern? Die Mücken. Aber schön feige von hinten, ne. Hahaha. Alter, bzzz. Der hat sich schon aufgeladen. Ein Göttersahm. Ja, aber dafür habe ich nichts an Schaden gekriegt, ne. Das haben wir auch nicht vergessen, ne. So, gehe ich jetzt unten lang oder oben lang? Hm. Hier oben lang. Hahaha. Äh, äh. Okay, was sind das für Viecher? Ah, Plattform. Oh, die wachsen aber nach. Nö. Okay, gehen wir erstmal oben lang, ne. Ich habe ja gelernt, immer den ersten Weg folgen. Okay, hier ist jetzt wieder irgendeine Oberfläche. Irgendeinen Boss? Save irgendeinen Boss. Ich gehe wieder. Da kommt was von oben! Ich komme nicht an hier vorbei. Ich kann aber abhauen. Scheiße, das wollte ich nicht. Aua. Oh, ich hoffe, der Boss ist jetzt noch da. Der kommt safe nochmal von oben, ne. Aber ich brauche mal eben Mana. Wie er schreit. Ich glaube, das war eine Frau. Alter, das brauchst du ewig lange hier, ne. Und die ist jetzt bestimmt wieder weg, weißt? Nein, sie kommt. Sie kommt. Sie schreit. Da. Attacken. Attacke. Die Mücken machen es. Die Mücken. Es sind die Mücken, die es machen werden. Weg. Hä? Wo ist der Boss denn jetzt hin? Hä? Heilungssprint. Stellt beim Sprinten nach und nach Energie wieder her. Also je mehr wir rennen, desto mehr ist eigentlich cool, ne. Kommst du jetzt wieder? Bist du tot? Bist du abgehauen? Jetzt bin ich einmal ich abgehauen, einmal sie abgehauen, oder was? Steht jetzt unentschieden. Hä? Ich muss den doch töten. Sonst kriegen wir doch sein Modul nicht. Da, sie kommt wieder. Aber. Aber sie ist ja ja voll aufgeladen. Was das denn? Aber die ist einfach. Also zumindest in der Phase. Hä? Wo ist sie jetzt? Hä? Das ist doch ein Bug. Das ist doch ein Bug. Erzähl mir doch nichts, was der abhaut. Oder kommt die später noch krasser? Ist das jetzt nur Show? So, weißt du? Als Geplänkel. Und sie ist hier unten. Richtig. Ne, weißt du was ich glaube? Ich glaube, hier ist sie jetzt nur zum Antisern. Und hier wird sie richtig durchdrehen. Dann gehen wir erstmal weiter, weil ich glaube, die kriegen wir nicht dort. Die safe ist sie da unten und dreht... Unten dreht die richtig am Rad. Okay, die muss ich auf jeden Fall mit dem Fliegen machen. Aber. Weil deren scheiß Explosionen... Die schreit immer noch. Kommt die jetzt nochmal? Kommt die hier auch? Oder die ist da? Also hier ist auf jeden Fall eine Lichtschranke. Ich mach erstmal den da weg. Ich schieße mal da hinten hin. Mal gucken. Aber warum er da hinten ist, erstmal töten. Oh. Aua. Den machen wir erstmal weg. Weil guck mal, der wird mich... Der wird mich ja richtig aufregen. So, weg. Wir machen... Wir machen wieder ein bisschen Feige. Guck mal, ich schieße da hinten hin. Wie so Sperma. Und die fliegen, wenn da irgendwelche Gegner sind. So, jetzt warte ich kurz. Kurz auf Mana warten. Kurz warten. Warten, warten, warten. Warten. So, dann heile ich mich einmal. Und dann gehen wir rein, wa? Kommt jetzt hier alle? Ja. Guck mal, die ist angeschlagen. So, wie wir sie hinterlassen haben. So, haben wir sie hinterlassen. Au, au, da war ich dumm, dumm. Aber die Lichtschranke ist nicht zugegangen. Da, sie sind abgehauen. Die werden wir irgendwo wieder treffen. Aber die Lichtschranke ist immer noch auf. Also hier ist eigentlich irgendein anderer Boss noch. Guck. Normalerweise. Bis der immer aufsteht, ne? Der ist schon Weihnachten durch. Und der ist auch einmal, oder? Okay. Ich geh jetzt mal hier rein. Hm. Hallo. Oh Gott. Wasser. Wir sehen jetzt hier so einen Wasserboss. Jo, noch ein Boss. Jo, jo. Ja, der kann ja gar nichts. Aua. Aua, aua. Hehe. Der kann ja gar nichts. Frostmimer. Ist das jetzt unsere... Eine kalte Wasse. Funktioniert gut mit einem rot-glühenden Lauf. Kommen wir damit ähm, jetzt hier oben. Wo war das? Hier oben die Dinger festfrieren. Oder hier über Eis laufen, oder so. Also, dass man das Eis hier weg einfriert. bestimmt, oder? Äh, probieren wir mal aus. Hm. So, wie viel Energie brauchen wir? Vier. Das heißt, an dem will ich auch noch ausprobieren, ne? Äh, dann nehme ich die seltsame Eier weg. Nimm dafür die Blobs. Dann Mollys Ding weg. Und das. Du meinst, das Wasser gefrieren lassen. Hab ich doch gesagt, oder nicht? Na gut, oder auch nicht. Hätte ja sein können. Und hier, das sind unsere Blobs. Blob, 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 blob. Blob. Ja, ihr Süßen. Dann muss ich da ja irgendwie machen. Auch ein, eine Markierung. Äh, fliegen. Will ich da runter? Attacke, Blobs, Attacke. Hier ist was. Die räumen einfach auf. Die Blobs räumen auf. Nee, du hast in der Teilversammlung gehört. Attacke. Sollen die da unten erst mal aufrollen? Hahaha. Aber ich kann nur eine bestimmte Anzahl an Blobs. Also mehr geht nicht. Nur wenn die tot sind. Guck, ich drücke, passiert nichts. Meine Blobs müssen erst mal sterben da unten. Alle noch am Leben? Ich kann aber noch nicht schießen. Hallo. Warum dreht er denn so am Rad? Die haben ihn nicht totgekriegt. Attacke. Nicht zu mir. Da hinten. Da hinten. Noch eine... Noch eine Ansammlung. Attacke, Leute. Hahaha. Ich glaube, hier werden die Fliegen aber besser einrichten. Weil die Fliegen, die Fliegen wegen nichts hinterher. Schmerzensrad. Hatte das denn jetzt schon wieder? Schmerzensrad. Da. Ein brutales, stachelbesetztes Rad, das nach dem Werfen zurückkehrt. Ein Bumerang. Oh, was die eine hat. Und wenn ich rumspringe, kommt das denn gar nicht zurück. Dann kann ich so machen und dann, ja, du kriegst mich nicht. Okay. Und dann ist es noch endlich bei mir. Einfach so. Tschung, tschung. Tschung. Na gut. Einmal heilen. Ich habe keine Heilträge mehr. Okay. Kann ich Gegner jetzt damit einfrieren? Also zumindest nicht diese komischen Pollen. Weg. Okay, hier oben mache ich wieder Fliegen hin, aber eventuell kommt man von oben runter. Und hier auch, ne? Fliegen. Na gut. Aber der Weg führt schon wieder ganz woanders hin jetzt. Oh, das Ding. wenn wir überhitzt sind, macht das Ding ja auch mehr Schaden, ne? Aber hier ist doch schon wieder irgendein Boss. Attacke! Attacke, Blobby! Okay, statt dem Blobby. Ich weiß nicht, der Blobby war auch schon cool, ne? Aber für Gegner, die halt unter mir sind. Für die... Die Fliegen haben doch noch eine andere krasse... Oh. Was ich scheiße finde, ist auf jeden Fall dieses Eisding. Eis weg und dafür die Fliegen. Sie kommt! Sie kommt! Alter, kann man auch für was anderes. Aua. Aua, aua. Zwei gegen eine ist ungefähr. Oh Gott, hier sind jetzt auch noch die ganzen... Scheiße. Hör doch auf! Das Ding hat er spuckt. stirb! Okay, er ist wieder abgehauen. Er ist wieder abgehauen. du scheiß Krabbe! Okay, abhauen, bevor der Boss wieder kommt. ich habe einfach nichts mehr an Leben, ne? Einfach nichts mehr an Leben, du. Scheiße. wo ist speichern? Hier war schon lange kein speichern mehr. Knöchelstacheln. Du kannst damit von Wänden abspringen, um neue Gebiete zu erreichen. Bewege dich in der Luft gegen eine Wand und drücke dann die Sprungtaste. Kann mehrmals an derselben Wand verwendet werden. Jetzt können wir fliegen. Guck mal. Hier, bam. Bam. Das ist eine neue Fähigkeit. Hier, Batsch. Bam. Ich mache natürlich, wenn ich so... Warte. Wenn ich renne, macht das natürlich mehr Sinn. Weil, wenn wir so rollen, komme ich weiter an links und rechts. Einfach neue Fähigkeiten. Wenn ich jetzt auch meine Fähigkeiten sehe. Wenn ich so mit , Untertitelung des ZDF, 2020